Samstag 30. November, 15.30 Uhr, Olbia Stadion, Hertha Benzebelin gegen Borussia Dortmund, 1 zu 2. Thomas Kraft, Gefim Karim Rekik, Nikolaus Stark, Maximilian Mittelstädt, Edik Boata, Merch, Skatert, Hadimir, Marco, Jochik, Davi, Selke, Dodi, Luca Pacquio, Marius Wolf, Roman Burgi, Dan, Dan, Axel, Zagabu, Achschaf, Hakimi, Mats Hummels, Manuel Akani, Raphael Kuchio, Julian Brandt, Axel Witsel, Jan Don Dechancho, Marco Reus, Jochikin Hasart, 7.57 Uhr.